Ja, servus Leute, hier ist der Johannes wieder und es ist verdammt heiß. Also, könnt ihr nicht vorstellen, wie heiß es hier gerade ist. Hier sind nur alle am schwitzen und so. Nehmt auf jeden Fall viel Wasser mit, wenn ihr herkommt. Und falls ihr die Möglichkeit habt, die Tour kostenlos zu machen, macht das auf jeden Fall, weil es rentiert sich, glaube ich, eher, wenn man das kostenlos macht. Hier vor Ort kann man eh noch genug Geld ausgeben für irgendwelche Hüte oder für Tours, die sie einem anbieten und so weiter. Hier habt ihr so einen kleinen Einblick. Von den ganzen Ruinen, die sind ziemlich gut erhalten und so. Aber, ja, wenn man es kostenlos machen kann, so wie wir, mit so einer kleinen Shopping-Tour, dann sollte man das vielleicht auf jeden Fall machen. Also, haut's rein.